Ich bin Trichter Alexander Holt. Und ich hab 500 schon unangemessen. Genau, ich würde eigentlich sogar ganz gerade über die, also mittig, genau hinter der Greensky mittig. Oder ist das schon jemand gelogen? Das Ding, die Basis, ist nur 3 Meter. Nicht so fest, das reicht nur ganz. Ich verhalte zwei Schrauben für eine Gewieße. Das soll ne Lampe sein. Das ist ne Lampe. Hast du doch in deiner Testszene gedacht? Ich versuch das erst mal so ein Projekt, den wir passen. Hast du das gemacht? Das fühlt sich auch so an. Ich ja komme, ne? Da trägt man sich die Geschichte der Nixe, Laura Lang. Sie lockt unwissende Schiffersleute mit ihrer lieblichen Stimme an und deren Boote zerstellen dann vor den Kliffen, bevor diese die schöne Nixe erreichen können. So sieht's aus. Habe ich ihnen nicht gesagt, sie sollen keinen Kratzer in den neuen Lang machen. Habe ich ihnen nicht gesagt, sie sollen keinen Kratzer in den neuen Lack machen. Kann sie ja nicht, weil wenn du dieses Blocking haben willst, dann müssten sie genau hinter ihm durch den Kriens gehen in den Torwilf gehen. Dann bleibst du auf der Brücke. Darfst du auf der Brücke bleiben. Alle bereit? Juxi. Nein, du sagst noch Lieutenant. Das ist jetzt gecrashed. Deswegen machen wir einen Test. Kopf hoch Müller. Bei mir ließ man beim ersten Mal auch nicht gerade wo sehen. Es ist ein Charaktertest. Das wissen Sie doch. Auf jeden Fall hatten sie keine Verluste, als sie den Test gemacht haben. Und dennoch bin ich jetzt Captain. Wir sehen uns bei ihrer Beförderung. Er ist so viel ziehen. So wird's gehen. So hab ich dich halt ein bisschen mehr, dass du nicht zu sehr im Dreiviertel-Profil von der Seite bist. Ja. Kopf hoch Müller. Bei mir lief's beim ersten Mal auch nicht gerade rosig. Das ist ein Charaktertest. Du musst wissen. Soweit ich weiß, hätten sie keine Verluste, als sie den Test gemacht haben. Wir sehen uns bei ihrer Beförderung. Erster Offizier. Wie ist man da eine richtige Soundstage? Ja, wir bauen die eigentlich eine echte Brücke, damit ich die ganzen Kacke nicht machen muss. Dennis ist Rap. Das war's schon. Das finde ich traurig. Boys, setzen Sie einen Kurs auf die neutrale Zone. Und dann mach ruhig auch zwischendurch mal, dass du mal so einen kurzen Blick auf die Brücke machst. Jupp. Hammer. Passt dir ans Set. Du bist Rap. Das ist auch ganz gut, weil du sitzt, der stehst ja noch ein bisschen weiter außerhalb. Was hast du nie geändert? Ich habe diesen Softbox hier dicht daran gestellt, dass das Mikrofon keinen Schatten wirft und er etwas anderes Licht hat. Dann müssen wir noch umdrehen. Dann müssen wir mit dem Oberkörper und mit der Schulter ein bisschen mehr reindringen. Dann müssen wir ein bisschen mehr von deinem Gesicht ausdrehen. Ja. Stopp mit tippen. Kommando geben. Du rast und trifft Boys. Erwidern Sie das Feuer. Das müssen wir nur einmal ganz grob abmessen. Aber das ist ja... Der muss auf dieser Seite laufen. Hab ich, hab ich. Du hast ja den so gefilmt. Ja, also Miriam muss links reisen. Ja. So, wo sind jetzt hier die Waffen? Die Waffen sind auf der anderen Seite. Nicht bei dir, da bist du falsch. Ma'am, Sie befinden sich im Gamma Hydra. Sektor 10. Okay, machen wir nochmal. Ein bisschen energisch. Die Schilder sind oben oder so. Okay, machen wir nochmal ein bisschen energisch. Und dann guckst du, ob sie es wirklich gemacht hat. Ja. So. Oh, der kommt's mir nötig. Kobayashi Nao. Unsere Außenhülle ist geschädigt. Das Lebenserhaltungssystem versagt. Dass man nur diese Augen und wie sie... Oder wenn man hier so ne... Exegon. Nice. Ballstift. Erwinnen Sie das Feuer. Wir haben keine Energie für die Waffen. Was sollen wir denn? Ja. Oh, Captain. Und? Wie war ich?